wir gehen eins gegen sieben gegen die schlange auf der karte dicht gedrängt wieder symmetrisch aufgebaut das ganze mit computer vorteil deathmatch wir versuchen so schnell es geht ein gegner zu raschen an gold zu kommen und dann schauen wir mal wie weit wir kommen gehen wir direkt rein auf geht's so versuchen schnell wieder zu raschen heißt ihr habt keine waffenkammer aufkammer wird man bauen wir benötigen stein kommt rein warten auch diesmal drauf theoretisch könnte ich einmal an kaufen damit schneller passiert aber passt schon es werden rekruten jetzt schon mal kurz gibt es hier eine gibt es nicht steuerung was gerne mal wusste ich dass mit diesen wegpunkten funktioniert ein bisschen ausprobieren auf jeden fall nicht wir werden überfallen muss ich noch mal nachgucken so schnell bin ich nicht raus egal wir gehen hier erstmal hoch ganz altmodisch es werden rekruten benötigt sei eine nachricht der schlange ich glaube es schaffen die zwölf sogar das gibt gold ich produziere schon mal nach was gibt es wahrscheinlich ein bisschen mehr jetzt haben wir noch mal truppen dann geht es hier unten auch rein es werden rekruten benötigt sei es werden rekruten benötigt sei eine nachricht der schlange im grunde meines herzens bin ich auf so und jetzt müssen wir die gruppenpaare ein bisschen ein bisschen unserer stützung eine nachricht der schlange bevor die beliebkeit komplett weg ist bauen wir auf es werden rekruten benötigt sei weiter produzieren es werden rekruten benötigt sei es werden rekruten benötigt sei es werden rekruten benötigt sei ein bisschen was abschießen zu können eine nachricht der schlange und legen wir doch schön nach die schlange das stück haben wir noch heute reichner kommen auf jeden fall in 15 oben an ich gebe jetzt aber schon ein bisschen knapp weil inzwischen sind da doch einige bögen oben angekommen auf den wellen ich glaube wir müssen nochmal nachlegen was wünscht ihr hier unten auch noch eine nachricht der schlange gut aufgebaut wir sammeln erstmal truppen dann gehen wir gleich durch ihr stellt meine geduld wahrhaft auf die probe noch einmal lass ich das nicht durchgehen es werden rekruten benötigt sei ich glaube sehr wohl ich glaube sehr wohl ich glaube sehr wohl so jetzt haben wir genug uns hier zu verteidigen und ihn mal schön auf den sieb rein dann machen wir den mauer nicht weg und sorgen dafür dass wir hier die leute von den türmen schießen können es werden rekruten benötigt sein verschieben schon mal die wurde ordentlich geprügelt und jetzt noch der letzte so eine schlange brauchen wir noch dann haben wir auch die gleich war zwei noch nachricht der schlange wir sollten abrücken dann erstmal hier drüben rein und machen hier mal ordentlich platz eine nachricht der schlange da kann man einfach so dass wir gerade hier vorne mal den turm an sehr viel angriffsfläche in der zwischenzeit können die berittenen ihren job machen und verlegen nochmal ein bisschen nach was sie die einheiten angeht es ist kein platz in der waffenkammer es werden rekruten benötigt sei ja manchmal das wünscht ich den ganzen weg so wann haben wir den turm jetzt und nochmal nach produzieren und dann überdauer weg eine nachricht der schlange im grunde meines herzens bin ich auf eurer seite so ihn hier drüben noch weg machen auch gar eine schöne masse raus ich produziere oben noch auf uns nach ich war an uns hat hier das neue brandwert es werden rekruten benötigt eine nachricht der schlange was für ein held nun ich habe eine überraschung für euch falls hat auch mal irgendwie was durchgekommen keine lust mehr zurückzuschauen wir gucken nur noch nach vorne und gucken dass wir jetzt nach vorne reinlaufen nach vorne kommen wir durch dann ziehen wir jetzt die pferde auch mit rein einfach um noch mehr viele zu bieten für die bogenschützen damit hier genug durchkommen und dann war es das auch also 1 gegen 7 gegen die schlange haben wir gepackt als nächstes geht es dem schwein an den kragen mal gucken wie das so läuft sieg so ja Vielen Dank.